In dem Jahr gab es besonders viele tote Kaninchen. Die waren von den Leuten mit einem Virus infiziert worden, weil es einfach zu viele waren. Mit ihren Gängen und Höhlen durchbohrten die Kaninchen die Dünen und machten sie kaputt und das Meer spülte den Strand fort. Im Winter, wenn die Stürme kamen. Ich fand das gut mit den Kaninchen. Ich habe ganz viele gesammelt und vergraben. Aber ich habe niemandem etwas davon erzählt, sonst wäre mein Vater noch mehr ausgerastet. Der wollte das nicht. Aber die Kaninchen sollten es doch gut haben. Ich dachte, so in der Erde, da ist es schön warm und es bleibt doch ganz lange etwas übrig von ihnen. Sie sind nicht einfach weg. Die anderen toten Kaninchen wurden einfach verbrannt. Nichts blieb von ihnen. Wie schrecklich. Wie schrecklich. Untertitelung des ZDF, 2020